Ja, volles Haus. Wunderbar. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Brownback Lunch. Natürlich sind Sie auch herzlich willkommen auch nächste Woche zum nächsten Brownback Lunch. Dann mit der Firma Forbo zum Thema Lebensläufe. Die Firma Forbo bietet einen neuen Bodenbelag an mit Kakaobohneneinstreuseln. Das ist ein Industrieabfall. Also Industrieabfälle werden abgecycelt. Und diese Strategie von diesem Upcycling, dazu wird uns eben auch Frau Monika Kritzmöller einen Vortrag halten. Sie ist Dozentin für Soziologie an der HSG in St. Gallen. Sie werden das in einen etwas grösseren Kontext stellen, dieses Thema des Upcyclings. Sicher ein spezieller und spannender Vortrag nächsten Donnerstag. Und dann noch der letzte Brownback Lunch dieses Jahr am 23. November mit der Firma Velux. Velux beschreitet ein neues Terrain. Sie bieten dieses Modular Skylight an. Also man kann jetzt grossflächige Dachverglasungen mit Velux machen. Das ist ein System, das wurde mit Foster Partners entwickelt. Velux wird das vorstellen. Und wir werden auch ein Projekt kennenlernen, wo das verbaut wurde. Und das ist ein sehr prominentes Büro, nämlich 3XN aus Dänemark. Sie kommen extra hierher. Kaspar Guldagher Jensen, er ist Senior Partner und er wird ein Projekt vorstellen. Dieses Green Solution House, ein Umbau eines Hotels, ein Energie, ein wegweisendes Projekt in Sachen Energie in Dänemark. Das ist dann der am 23. November. Nun, heute sind Sie gekommen zum Thema Schattenstoffe. Solche Schattenstoffe, die werden unter anderem hergestellt von der Firma Serge Ferrari. Wir haben Giovanni Palumbo hier. Herzlich willkommen. Er ist der Objektberater, Leitung, ich stehe da im Weg, Objektberatung Schweiz. Er wird in einem ersten Vortrag auf diese Schattenstoffe eingehen und auch die technischen Raffinessen von solch gut gemachten Architekturgeweben uns vorstellen. Dann als nächstes, eben diese Schattenstoffe werden verbaut. Und sie werden verbaut unter anderem von der Firma Kessli & Co. Hier ist Herr Kessli, ganz herzlich willkommen. Und Sie verbauen das nicht irgendwie, sondern Sie verbauen das mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Das können Sie auch an diesem wunderschönen Mockup sehen, das Kessli & Co. extra auch für heute hergestellt hat. Ganz herzlichen Dank. Dieses Mockup, also das da vorne auf der linken Seite dann, das repräsentiert ein Projekt. Dieses Projekt ist das Heilpädagogische Zentrum Glarnerland. Ein Umbau und dieser Umbau wurde geplant von dem Büro Binnert-Kintat und Amix-Architekten. Sind fast vollzählig alle hier, ganz herzlich willkommen. Aber sprechen wird Volker ganz herzlich. Er wird uns dieses Projekt vorstellen, natürlich das gesamte Projekt, dann aber auch einen Fokus auf den Sonnenschutz richten und uns eben auch ein Argumentarium, soviel ich verstanden habe, in die Hand geben, weshalb man eben auf Stoffmarkisen setzen kann, im Gegensatz zum Beispiel eben zu Lamellen, Rafflamellenstoren. Das wäre das Programm von heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und spannende Vorträge. Zuerst mit Giovanni Palumbo. Ja, vielen Dank. Dann herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Braunberg-Lunch. Ja, Soltis ist auf dem Markt zum Teil mehr bekannt als Serge Ferrari. Daher möchte ich gerne auf meinem nächsten Slide kurz darauf eingehen. Serge Ferrari ist ein Familienbetrieb der Familie Ferrari. Und ja, Ferrari hat nichts zu tun mit dem roten Fahrzeug, den wir alle kennen auf der Strasse. Der Hauptsitz ist in Frankreich, in La Tour de Pas, nahe Lyon. Wir haben drei Produktionsstandorte, wobei eins in Frankreich ist und zwei in der Schweiz. Nebst dem haben wir noch eine eigene Forschung- und Entwicklungsabteilung in der Schweiz. Sie sehen, Serge Ferrari ist international unterwegs, Präsenz in über 80 Ländern. Oh, das bin ich falsch. So, was passiert intern? Wir machen alles selbst. Also vom Spinnen über das Weben, die Pastenherstellung und die Beschichtung. Und nicht zuletzt am Ende des Lebenszyklus auch das Recycling des Stoffes. Die Prä-Contra-Technologie, diese patentierte Fertigungstechnologie, ermöglicht uns, während des gesamten Fertigungsprozesses unser Gewebe in allen vier Richtungen zu spannen. Das bedeutet, dass unter dieser Vorspannung das Soltis-Gewebe eine hohe Formstabilität hat, im Gegensatz zu Standardgeweben. Was heisst das, was bringt das für einen Nutzen? Das möchte ich kurz in den nächsten Slides zeigen. Einerseits einen ästhetischen Nutzen. Denn durch diese hohe Formstabilität ist Soltis, unter dieser hohen Formstabilität kann Soltis auch unter hohen Spannungen und Windbelastungen standhalten. Zudem hat Soltis auch eine dreimal weniger Ausdehnung gegenüber herkömmlichen Produkten. Das heisst, keine Verformung, auch bei grossen Flächen. Ein weiterer Nutzen ist auch die Langlebigkeit. Dank der gleichmässigen und dickeren Beschichtungsschicht auf dem Polyestergewebe hat Soltis eine lange Lebensdauer. Auch unter grossen oder hohen UV-Belastungen, was auch sehr wichtig ist. Ein weiterer Nutzen, den ich ganz wichtig finde, ist die geringe Wartungskosten, die Soltis mit sich bringt. Durch diese glatte Oberfläche ist Soltis schmutzunempfindlich und sehr pflegeleicht. Ganz wichtig, auch bei nassem Aufrollen schimmelt Soltis nicht. Weitere Argumente, die für Soltis sprechen, kurz zusammengefasst. Brandschutzklasse, RF2, VKF 5.3. Für all die, die es kennen, ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder gern allen Planern, Architekten und Fassadenplanern erkläre. Dank Taxi-Loop ist Soltis, eben wie schon erwähnt, 100% recycelbar. Das ist unser Beitrag an der Umwelt, unsere Leistung hierzu. Keine räumliche Farbveränderung, auch ganz wichtig, denn durch einen farbigen Soltis wird der Innenraum farblich nicht verändert. Also keine roten Stühle oder roten Tische bei einem roten Soltis. Und dank GreenGuard Gold-Zertifizierung, vor allem für Einrichtungen im Bereich von Bildung und Gesundheitswesen, sehr wichtig. Ja, Soltis ist nicht nur Sonnenschutz, Soltis ist auch sehr vielseitig anwendbar. Das möchte ich Ihnen kurz mit diesen Bildern aufzeigen. Also freien Lauf für gestalterische, was auch immer man möchte, ist mit Soltis auf jeden Fall denkbar. Ja, und mein Teil endet bereits schon hier. Sie wissen denn, Soltis ist ohne oder muss mit System eingesetzt werden. Und somit übergebe ich gern das Wort an Herrn Kessler. Vielen Dank. Wir beschäftigen uns seit 80 Jahren mit der Herstellung von textilem Sonnenschutz in der Schweiz und im angrenzenden Ausland. Das Soltis-Gewebe macht rund 30% unserer Produktion aus. Gerne zeige ich Ihnen im Folgen eine Auswahl von Innen- und Außenanwendungen und verweise dabei auf die Eigenschaften von Soltis. Dieses Wohnhaus wurde von Herzog & Dömeron entworfen und ist im Prinzip eine Glasfassade, die sofort erhitzt bei Sonneneinstrahlung. Der Sonnenschutz soll in ausgefahrenem Zustand die japanische Papierlampe simulieren. Damit das Gebäude nicht überhitzt, muss der Sonnenschutz eine Windgeschwindigkeit von 50 kmh standhalten und dies kann nur so getan werden, indem wir sehr viel Gewicht unten in die Saumstange reinpacken. Der 11 Meter hohe und bis zu 3,5 Meter breite Sonnenschutz ist enorm gross und ist mit dem Gewicht grossen Anforderungen, also wird extrem beansprucht und muss formstabil bleiben, wie es schon gesagt wurde. Zudem muss der Behang in abgesenktem Stellung eine schöne Durchsicht bieten auf See und Umgebung. Soltis ist meines Erachtens eines der wenigen Gewebe, die all diese Anforderungen gleichzeitig erfüllt. Beim Helvetia in St. Gallen von Herzog & Dömeron, bei dem wir die dritte Etappe neulich abgeschlossen haben, war die Forderung der Architekten, dass man keine Storen sieht, wenn sie eingefahren sind. Und gleichzeitig muss der Sonnenschutz sehr windstabil sein, weil man dort in einem exponierten Gebiet ist. Auch hier war 50 kmh der Massstab. Dies haben wir gemacht, indem wir auch eine Doppelfallstange genommen haben, die aus Vollstahl ist und so das Tuch schön spannt. Atrien und Lichthöfe erfreuen sich grosser Beliebtheit, zunehmender Beliebtheit. Durch den Einsatz von textilem Sonnenschutz über dem Lichthof kann das Atrium als Lebensraum besser genutzt werden. Es kann je nachdem auf den Sonnenschutz an der Fassade selber verzichtet werden. Wir haben hier den Hauptsitz von WTO-Gebäude in Genf von Grupp Witt Architekt. In dieser Metallkonstruktion, die wie ein abgeschnittener American Football ist, haben wir Sonnenschutz, also Gegenzugsysteme eingespannt. Sie sehen es, jedes Feld hat eine andere Form. Und wir haben diese Form mit dem Sonnenschutz in diese Verdrehung reingepasst. Beim Hauptsitz von PwC in Oerlikern von Mokka-Architekten haben wir unter die Glaskonstruktion 22 horizontale Faltanlagen eingebaut, die je 2 Meter breit und 12 Meter Ausladung haben und auf einem 24 Meter langen Seil in die Mitte zusammenlaufen. Soltis bringt dank seiner Transparenz genügend Licht auch für die Pflanzen unten und gleichzeitig ist es eine Beschattung für die angrenzenden Büros. Als einer der wenigen Stornanbieter verarbeiten wir Soltis selber in unserem Haus. Soltis wird, kann ich hier vielleicht zeigen, ohne Nähte, ohne seitlichen Nähte gemacht. Also wir haben oben und unten einen Saum und je nachdem müssen wir es horizontal zusammenbringen, das Tuch. Aber wir haben keine Nähte und dadurch rollt sich der Stoff schöner auf, als wenn man beispielsweise einen klassischen, herkömmlichen Stoff, der durchaus seine Vorzüge hat, mit seitlichen Nähten verarbeitet. Zu diesem Zweck braucht es einen grossen Schneidtisch. Sie haben gesehen, wir machen grosse Tücher. Grosse Tücher erfordern grosse Maschinen. Hier schneiden wir diese Tücher exakt ab und mit der Balkenschweissanlage machen wir eben diese besagten Säume, die wir mit Hitze schweissen. Und die sind dann sehr reissfest auch. Was wir hier auch sehen, ist eine Segellatte. Die haben wir jetzt hier eingebaut. Die braucht es je nach Höhe, also bei Übergrössen vor allem. Mit dem Wissen um die Stoffverarbeitung allein ist es nicht getan. Ebenso wichtig ist die Kenntnis über das Zusammenspiel von Stoff und Gestell und deren Dimensionierung. Es ist wichtig zu wissen, wann und ab welcher Höhe man eben diese Segellatten braucht oder Eckverstärkungen. Damit es heute schön hängt, ist es auch wichtig, die Tuchwelle richtig zu dimensionieren. Sie sehen jetzt hier zwei verschiedene Durchmesser. Je breiter das Tuch wird, je breiter die Markise wird, je mehr droht das Tuch durchzuhängen. Und das sieht dann eigentlich schrecklich aus. Also wenn man die unterdimensioniert und man sieht das oft im Markt, dann hat man diesen Tannenbaum-Effekt. Also das ist gleichzeitig natürlich ein Nachteil von diesem Précontrain, der absolut nicht nachgeben kann. Unsere langjährige Erfahrung mit unserem Manufakturansatz und mit gut ausgebildeten Handwerken helfen wir dabei, wenn es darum geht, ausserhalb von Standards auch schöne Lösungen zu finden und auch Kleinmengen zu schaffen. Wie eingangs erwähnt, führen wir rund 30% der Projekte mit Soltis aus, die restlichen 70% mit anderen Tüchern, wie zum Beispiel dieser klassische Acrylstoff. Sie sehen es hier bei einem Gebäude beim Viktoria-Schulhaus in Bern von Graber-Pulver-Architekten. Hier würde sich meines Erachtens jetzt ein Soltis nicht eignen im Denkmalschutzbereich. Hingegen konnte man dann beim modernen Anbau den Soltis einsetzen. Die PVC-Beschichtung oder die Haptik oder sogar die Art, das Material der Fassade, die Materialisierung, bewegen Architektinnen und Architekten auch dazu, andere Tüche zu nehmen, man muss es objektiverweise sagen, wie beispielsweise das transparente Tuch von Sattler. Das ist ein Twilight. Wir haben dieses Projekt letztes Jahr mit Peter Zumthor nachvollziehen können. Hier sieht man auch die Sicht nach aussen. Für horizontale Wetterschutzanlagen, welche regendicht sein müssen, wie hier beim Hotel Albina in Stadt von Jaki und Partner, eignet sich natürlich das transparente Gewebe nicht. Es regnet hier durch. Also man muss andere Tücher nehmen, wie beispielsweise auch von Ferrari das Brecon-Train. Viele Architekten setzen den Textilenschutz zunehmend als architektonisches Gestaltungselement ein. Für ihre Fassade, wie hier beim HBZ Planerland von Bienen und Kindheit Architekten. Für die Fassadenbeschattung wurde unsere Sunlook 6013 eingebaut, welche Sie dort hinten sehen. Und das ist gleichzeitig auch das Mockup, ist wirklich ein Ausschnitt von dieser Fassade. Die drei Innenhöfe haben wir mit horizontalen Faltanlagen ausgerüstet, auch mit demselben Soltis. Man sieht, wenn Sie hier ein bisschen einfährt, im Wissen, dass es natürlich nicht regenbeständig ist. Bienen und Kindheit Architekten haben sich für die Ausstellstore entschieden, weil sie in ausgestellten Zustand der Fassade eine gewisse Plastizität verleiht. Zudem ist Oberurnen sehr windexponiert. Damit die Innenräume von der Sonneneinstrahlung nicht überhitzen, musste der Sonnenschutz besonders windstabil und doch filigran ausgerüstet sein. Die Sunlook 6013 erfüllt diese Anforderung und ist dank den Gasdruckelementen, welche diese Arme, man sieht es dort hinten, nach unten drücken, besonders windstabil. Also je nach baulicher Situation können wir hier 65 Kilometer anbieten oder eine Windklasse 4. Der Bauherrschaft wiederum war es wichtig, dass der Stoff neben der Transparenz auch unterhaltsarm ist und sich reinigen lässt und eine lange Lebensdauer hat. Diese Anforderungen in Kombination mit der Ausstellstore konnten wir so erfüllen. Man kann sie übrigens auch 180 Grad ausstellen und weiter nach unten senken. Bauherrn, die nach Minergie bauen, vor allem jene, die auch zertifizieren müssen oder wollen, wählen zur Sicherstellung dieser hohen Anforderungen an die Windstabilität leider oft die gehobenen Ansprüche an Ästhetik, nicht gerecht werdende Produkte. Wir wollen uns dem entgegensetzen und haben natürlich an diesem Produkt auch geschliffen. Im nachfolgenden Video möchte ich Ihnen einen Windtest zeigen, wo wir eine 4x4 Meter Anlage, dieselbe Anlage aus verschiedenen Winkeln angeströmt haben, um zu sehen oder zu beweisen, dass sehr wohl diese Sonnenschutz so gewährleistet werden kann. Ich möchte, bevor ich es vergesse, an dieser Stelle mich natürlich auch herzlich bedanken an diese Firmen, die an diesem Bau mitgewirkt haben, an der Fassade und uns dieses Mock-up ermöglicht haben. Dies ist die Firma Kärlin Holzbau, Holstechnik AG, die Firma Stüssi Spengelerei und Inox Stil AG. Hier sehen Sie diesen Windtest. Wir haben hier wirklich aus allen Richtungen an diese Markise geströmt. Hier sind wir etwa bei 80, 90 Stundenkilometern. Und dies ist der schlechtmöglichste Fall, weil wir keine Laibungen haben. Also der Wind kann hinter den Stoff gehen und es hält doch recht viel stand. Ich möchte jetzt an Volker Bienert übergeben und bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich fange einfach schon mal an, weil wir wenig Zeit haben und wir viele Bilder mitgebracht haben. Ich möchte zwei Dinge richtigstellen. Das eine ist, es ist kein Umbau, es ist ein Neubau. Und das zweite ist, wenn ich von wir oder uns oder mir aus Versehen mal von ich und so weiter spreche, meine ich immer die Arbeitsgemeinschaft von Bienert-Kinder-Architekten und Amix-Architekten. Denn dieses Projekt haben wir gemeinsam verantwortet. Wir sind da horizontal miteinander verbunden und wenn was schiefgelaufen ist, dann waren wir auch immer beide da und haben es vertreten oder korrigiert. Danke. So, wo sind wir? Im Klanerland, gerade zu Beginn des Klanerlandes. Das ist der Walensee, die Kurfürstenwesen. Hier unten geht die Autobahn Richtung Kur. Hier geht es hinein ins Haupttal des Glarus und hier unten liegt der Ort Oberurnen und man würde jetzt eigentlich hier den Bauplatz sehen für den Neubau. Das sind im Prinzip meine Partnerin Susann Kindert und ich. Eine kurze Vorstellung. Also wir entwerfen viel bei Wettbewerben, offene Wettbewerbe in aller Regel. Und wie man aus dieser kleinen Projektauswahl Zusammenstellung schon sehen kann, wir haben in der Regel, in aller Regel arbeiten wir mit Storen, auch im Entwurf, also das ist kein Zufall und wir haben auch ein Sendungsbedürfnis, die Bauherrschaften zu diesen schönen Elementen zu überzeugen. Wir sind seit etwas über fünf Jahren hier in Zürich tätig und haben ein, zwei Objekte schon realisieren dürfen und hoffen auf weitere. So, zum Projekt. Das ist jetzt schon das Luftbild. Oberurnen, die Hauptstraße, die Kirche, das neue Wohnquartier, Gemeindeschulanlage, Gemeindekanzlei meine ich mich zu erinnern und hier die alte HPZ, das alte HPZ und dieses schwarze Ding ist dieses Grundstück mit Anstoß an die freie Landschaft nach Süden, also in Nord-Süd-Richtung, größer, in der Breite schmal und hier noch wichtig, der Rautibach mit Gewässerabstand zu berücksichtigen beim Wettbewerb, zu dem komme ich auch jetzt. Das ist das Grundstück leer, noch einmal, das ist die Primarschule Bestand, das ist der HPZ, hier sind Mehrfamilienhäuser, dreigeschossig und das ist ein Wettbewerbsbrück, es gab einen Wettbewerb mit vier Teilnehmern auf Einladung, das ist eine Lösung, die vorgeschlagen wurde, noch eine Lösung, noch eine Lösung, unsere Lösung. Wir durften, wir haben den Wettbewerb gewonnen, aus guten Gründen, könnten wir sagen, wir haben nämlich, Entschuldigung, wir haben nämlich die Nutzung gestapelt, wir haben also das Internat auf die Schule gesetzt, also eben ein HPZ, besteht aus Schule und Internat, wir haben den Gewässerabstand eingehalten und wir haben tatsächlich die Anzahl der geforderten Parkplätze unterbekommen und damit waren wir überlegen. Noch einmal das Modell, das war die Wettbewerbsabgabe, man sieht den Situationsplan, es ist nicht ganz leicht gewesen, sich da dazu einzugaragieren, Außenraum geschützt, Erschließung im Osten und eben der Minimalabstand dann auch zur Nachbarschaft. Erdgeschoss, also ich erkläre das Haus ganz kurz am Wettbewerbsbahn, weil sich ganz wenig geändert hat, das war also ein Konzept, das erhoben hat, wie man hier sagt und das ist die Zugangssituation auf der Ostseite, das ist diese hier, man kommt über eine Laube zum Eingang zentral in die Halle, Mehrzweckraum, Küche, Werkräume, Verwaltung, das ist die Haupttreppe hinauf ins Schulgeschoss, zwei Fluchttreppen, hinten das ist alles Backstage, wir sind nicht unterkellert, wir sind gefühlt 20 Zentimeter beim Grundwasser. Eben wichtig war von Anfang an in der Mitte dieses Grundresistors, die vertikale Verbindung durch das ganze Haus, man sollte nicht von Atrium sprechen, aber ja. Dann das Schulgeschoss, wir kommen hier die Haupttreppe hoch, haben dann drei Cluster, ein Unterrichtskluster, ein zweites Unterrichtskluster und ein drittes Unterrichtskluster, dazu kommen noch Pädagogikräume. Der Zugang, sehr schön, den habe ich vergessen, der Zugang zum Internat ist ein eigener Zugang hier mit dieser Treppe und dem Lift, Durchladelift, wir kommen dann hier oben an mit Treppe und Lift auf dem sogenannten Dorfplatz, mit Dorfplatsterrasse, das habe ich kommen sehen, und finden vor drei Wohngruppen, Wohngruppe Süd, Wohngruppe West und Wohngruppe Ost. Riesen Dankeschön an alle, die mitgemacht haben, es war großartig, wir haben den Auftrag bekommen, wir durften starten und hatten also, hier steht es nochmal, AGHBZ Klarnerland, unsere lieben Kollegen von AMIX, Auftraggeber, die Klarner Gemeinnützige, das ist eigentlich ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, aber die haben sich auf die Fahne geschrieben, einen Wettbewerb durchzuführen und haben sich auch wie ein öffentlicher Bauherr verhalten, sehr souverän, sehr schön und, ups, Sie werden sehen, eben sehr viele lokale Unternehmen, denen wir sehr eng arbeiten durften. Unterstützt wurden wir zudem von einer Reihe kompetenter Fachleute, Bauingenieure, Haustechnikplaner, Landschaftsarchitektur und, und, und. Ein großes Projekt mit vielen Köpfen. Jetzt, als wir anfingen, das war die Stimmung vor Ort, nach der Bauingabe, wie man sieht, da waren noch die Kleingärten vorhanden und man sah schon, worum es eigentlich ging und was man ernten möchte mit dem Entwurf, nämlich, so möchte man doch eigentlich auch wohnen, oder? Das ist doch großartig und wenn man so auch zur Schule gehen kann, ich wäre dabei. Allerdings hat es natürlich auch ein Wermut, Nutzdropfen, nämlich also die da hinten, den verbauen wir jetzt die Aussicht, also das ist das Grundstück, da sind die Mehrfamilienhäuser, da ist das Wohngebiet, da haben wir den Rautibach und die hier, den setzen wir uns gerade vor die Nase, hier ist die freie Landschaft, wir gucken also jetzt von Süden und da sind die kleinen Schrebergärtchen. Da sieht man es nochmal, oder die Baugespanne deuten jetzt an, das ist kein kleines Volumen, das wir da einpflegen und die Perspektive, die Ausblicke sind natürlich großartig. Sprung, Cut, große Anforderungen, Fassade, zwei verschiedene Nutzungen, wir haben uns sehr früh für eine Holzfassade entschieden und mussten allerdings üben, das heißt, das hier ist der Bauplan für das erste Mockup, das wir in Auftrag gegeben haben, als Entscheidungsgrundlage und ja auch um zu überzeugen und uns selber auch zu versichern. Über einen Betonsockel, der hier angedeutet ist, sind dann wechselnd vertikale und horizontale Latungen angebracht, horizontal als Stülpschalung und vertikal eben als Nut und Feder. Dann gibt es einen geschossweisen Abrund mit Gesimsen, die verblecht wurden und Laibungsbretter bei den Öffnungen und dann unterschiedliche Eckausbildungen, über die wir noch sprechen werden. Anfangs haben wir uns noch ein bisschen vergaloppiert, das heißt, wir haben hier so ein bisschen sehr dänisch Dinge überstehen lassen und handwerklich nacharbeiten lassen. Eine plastische Fassade, die auch übersteht. Hier noch mit geschlitzten Blechen in die Laibungsbretter. Entschuldigung. So schneidet dann das Laibungsbrett in die Stülpschalung ein. Zweiter Versuch, etwas größeres Mock-up. Das war die Unterkonstruktion beim Zimmermann. Das ist noch wichtig, die Zahnleisten schwingen nach unten aus. Wir haben dem mal Röckchen gesagt. Bei den horizontalen Diengitter ist ein bisschen schlechtes Licht. Und dann stand es dann auch auf der Baustelle irgendwann. Und wir hatten dort ja schon versucht, mit den, also wichtig, druckimprägnierten Weißtanne. Da gibt es vom Haus aus eigentlich nur drei Farben. Grün, Grau und Braun. Und die verschießen dann über die Zeit. Und wir haben das dann kombiniert mit einer Art Vorvergrauung. Wir haben lange geübt. Der Entscheid, welche Farbe wir wählen, viel als die Unterkonstruktion schon am Bau gebar. Das wurde dann mit heißer Nadel genäht. So sieht das dann das Zweite aus. Das hat sich gegenüber dem Ersten etwas verändert. Also man sieht jetzt, die Dinge sind etwas bündiger. Hier die Außenecke ist etwas bündiger. Dafür ist die Innenecke noch verschroben. Die ist nämlich noch rund. Das haben wir dann auch korrigiert. Hier noch ein Detail, wie das Blech einfasst. Die Außenecke rund und eckig. Und hier nochmal das handwerkliche Detail des Abbundes. Die Baukommission war begeistert, hat uns unterstützt. Wir durften da weiterarbeiten. Das ist auch noch wichtig. Wir haben es sehr früh gemacht. In dem Fall haben wir es sehr früh gemacht, das Mock-up. Da wird erst gerade mal mit der Beräumung begonnen hier. Das heißt, wir konnten es über lange Zeit bewittern lassen und haben dann eben auch gemerkt, als es dann in die heiße Phase ging. Wir müssen an der Farbe noch arbeiten. Das sind so Farbmuster. Wir wussten gar nicht, wie viele verschiedene Arten Grau, Blaues es überhaupt gibt. Das wissen wir jetzt. So, wieder ein Cut. Das Gebäude selbst ist kein Holzbau, es ist ein Massivbau mit Rippendecken. Wir haben uns freiwillig der Systemtrennung verschrieben. Das bedeutet, dass wir die Bauteile entsprechend ihres zu erwartenden Lebensalters zyklisch voneinander getrennt haben. Haustechnik getrennt von Primärkonstruktion, Ausbau getrennt von Rohbau und das hat einen sehr hohen koordinativen Aufwand bedeutet, sowohl für den Bauingenieur respektive den Bauunternehmer und auch für die Fachplaner. Die mussten nämlich die Trassen, die wir vorgegeben hatten, auch ausnutzen für ihre Leitung. Grundsätzlich ist das Haus so organisiert, dass wir in Längsrichtung nicht nur das Haupttragwerk haben, sondern parallel zum Haupttragwerk auch die Haupttrassen der Haustechnik, die dann in Nebenraumbereichen, wo man Flachdecken hat, Einleitungszonen hat in die Rippen, wo wir dann die Feinverteilung über die Rippen lösen. Grundsätzlich war die Idee, klar, es gibt viel Aufwand bei der Haustechnik, aber wir wollen sie nicht unbedingt sehen, wir wollen nur die Bedienelemente sehen. Dazu haben wir mal einen Grundlegenden Systemschnitt angelegt, das heißt, wir haben hier die Fassade, Außenholz, dann kommt abschließend Fenster und so weiter und dann kommen eben die Betonrippen, die tragen in Querrichtung, liegen auf auf den Hauptträgern in allen drei Geschossen, auf der jeweiligen Nutzseite der Räume, also Schlafzimmer, Klassenzimmer, Märzwerkraum und so weiter, haben wir dann auf der Innenseite in der Dimension des Hauptträgers unsere Längsverteilung organisiert und von dort geht es dann über den Schrankschichten in den Rippenzwischenraum, hier sieht man nochmal den Schnitt und die Rippenzwischenräume werden dann so zu zwei Dritteln von unten geschlossen durch Paneele, die dann eben alle Verbraucher aufnehmen, wie Lampen, Bewegungsmelder und und und, was es eben so im Raum hat. Das ist das Prinzip des ganzen Hauses sozusagen. Nochmal die Fassade im geschlossenen Zustand. Dann haben wir natürlich noch ein Problem gehabt, wir haben natürlich durch die Stapelung von Internat und Schule sehr unterschiedliche Raumgrößen und Ausbauraster, Raumtiefen, beim Klassenzimmer kann man tiefer gehen, beim kleinen Schlafzimmer bei zwölf Quadratmetern kann man nicht so tiefen Grundruss machen, also haben wir enorme Anforderungen an die Schichtenführung gehabt, an das Tragwerk und dann auch in der Folge, weil wir Außenräume eingestülpt haben ins Volumen an die Schichtenführung. Man sieht das hier zum Beispiel, das ist die Laube und da wird hier getrennt, man sieht zwar außen Sichtbeton, aber hier wird getrennt und hier haben wir die Lodgia auf dem Schulgeschoss, hier wird getrennt oder eben auf der Terrasse und dann kommen noch Komplikationen dazu, nämlich die Terrasse über der Laube, über der und so weiter. Das werden wir gleich noch sehen, da haben wir auch noch das war wirklich spannend und anspruchsvoll, der Eingangsbereich und oben die Dorfterrasse, pardon, das sieht man jetzt wirklich nicht besonders, wir haben da nämlich Sperrzonen einrichten müssen, weil wir die Konstruktionshöhe verringern mussten, weil wir eine zusätzliche Dämmung einführen mussten in die Grundrussse und das ist hier angedeutet, das hier ist zum Beispiel die Veranda im Erdgeschoss, darüber ist die Loggia, das ist die Laube, Eingangsbereich und hier überlagern sich zum Beispiel Loggia und die Terrasse von oben drüber, hier ist eine Terrasse oben drüber, Dorfplatz oben drüber und das hat dann doch, man sieht das hier, das sind diese Profilierungen, wann geht es hoch, wann geht es runter, auf welcher Höhe ist der Schallungstisch und im Obergeschoss sieht man dann, hier haben wir dann die Anzahl an Rippen verringert, wir haben in den Korridoren Flachdecken gemacht und in den Nebenräumen in allen Geschossen Flachdecken, auch dort haben wir etwas auf die Bremse getreten, hier im ganzen Backstage-Bereich im Erdgeschoss keine Rippen, hier sieht man nochmal die Rippen und hier, ups, Verzeihung, das sind Einleitzonen, wo eben die Haustechnik hineingeführt und hinuntergeführt wird wieder zwischen die Rippen in der Feinverteilung zum Genießen. Das war die Hochzeit des Rohbaus, die Rippen sind Ortbeton, das ist eine komplette Ortbeton-Konstruktion, hier sieht man die Schalung ausgeschaltenen Hauptträger, die sind mit Brettlich-Schalung gemacht worden. Das ist jetzt eine klassische Decke und so sieht das dann nach dem Entfernen des Schalungstisches aus, dann klemmen diese sagförmigen Schalungselemente dazwischen, die ist grafisch eigentlich ganz schön und die werden dann so sehen die aus, wenn sie versetzt werden auf den Schalungstisch von oben, so wird dann armiert und abgeklebt und wir haben lange geübt und hatten eigentlich gehofft, dass sie die Schalelemente wiederverwenden können, aber dadurch, dass wir unter hohem Zeitdruck standen, mussten sie fast alle für alle Geschosse bauen. Hier haben wir zum Beispiel einen typischen Versatz, den man aber später nicht sieht, weil wir ja die Zwischenräume dann verkleiden. Er hier haut die Dinger raus mit aller Kraft, war ein ganz toller Bauzustand, wenn uns da das Geld ausgegangen wäre, wäre auch schön geworden. Das ist zum Beispiel jetzt ein Sturz beim Fenster, hier außen haben wir die Laube, da haben wir wieder die Dämmung, die wir noch reinführen mussten, deswegen die unterschiedlichen Horizonte. Hier sind schon Aussparungen in den Einleitzonen, wir haben hier den Korridor zum Beispiel, Einleitzone, Ausleitzone, machen wir ein bisschen schneller, Mehrzweckraum mit Garage, da wird ausgeschalt, das ist im Bereich des großen zentralen Lichtraums und zum Überwärtsschluss mussten wir hier jetzt noch in den Hauptträger die Schiene für das Brandschutzshot einbauen. Da sieht man schon die erste Installation an der Fassade Stahlstützen und dann musste natürlich weil es als Ortbeton war, wir aber das Ganze als Sichtbeton ausgeschrieben hatten, vier irgendwas, musste nachgearbeitet werden. Die Geometrie musste hergestellt werden und die Oberflächen der Rost und alles musste weg. Das war eine Prozedur, die auch bis in den Ausbau hineingereicht hat, Staubentwicklung und und und. Das ist der Koordinationsplan Haustechnik dann in der endgültigen Lesung. kann den nicht erklären. Aber er hat unter Strich funktioniert, das Gebäude ist in Betrieb gegangen und die Regeln haben sich bewährt. Das kann man sagen. Hier hinten haben wir den Haustechnikraum und dort gehen erstmal die Lüftung zur Betriebsküche, zum Mehrzweckraum, da ist die Abluft, Zuluft, Zuluft, Abluft und dann haben wir die nächste große Trasse, geht hier rüber in den südlichen Teil und dann in den Nebenräumen hinauf und auch hier haben wir noch eine Steigzone. Insgesamt ist das Gebäude aber nicht mechanisch gelüftet, sondern wir haben auf natürliche Lüftung gesetzt, mit ordentlicher Verschattung und so weiter. Das Obergeschoss ist das gleiche, das Schulgeschoss, der Nahtgeschoss, auch hier ballt sich wieder die Lüftung, die Wohngruppen haben Wohnungslüftung bekommen, für die Sanitärbereiche. Also das ist eine klassische Sanitär- Nachlüftgeschichte. Nochmal der Systemschnitt. Nur noch zur Erinnerung, eben jetzt sehen wir im Sprung nach dem Rohbau sehen wir jetzt den Ausbau, wie dann jetzt diese Bereiche hier ausgebildet werden. Wir schauen jetzt immer auf diese Bereiche in allen drei Geschossen. Da mussten dann die Fachplaner gut miteinander reden, dass die richtigen Höhen einhalten und so weiter, dass es nicht so viele Kreuzungspunkte gibt und dass sie vor allem nicht über die Schrankfront hinaus arbeiten, denn dort das war Gesetz, gibt es dann unsere Verkleidung. So langsam kommen die Verkleidungen dran und man sieht schon hier zum Beispiel wird dann die Rippe verschlossen mit akustisch aktivierten Elementen und dahinter recht dezent die Lampen abgehängt und haben auch wieder eine Mehrfachfunktion eines Bauteils. Wir verkleiden die Rippenzwischenräume aber haben auch akustische Aktivierung was wichtig ist, aber wir haben gleichermaßen bei der Rippendecke der Vorteil auch Speichermasse klimatisch ist das von Vorteil Böden und hier haben wir so eine Haupttrasse in Längsrichtung das muss da runter und da runter und wieder rüber und das Oberlicht im Ausbau da wird gerade die Treppe gemacht dann die Schrankschichten in den Klassenzimmern Timeout Raum für die ganz schwierigen hier wird die Schulküche gebracht dann im Internat sind das auch die Erschränke mit Brünneli für die Bewohner Korridor hier sieht man dann wie es dann endgültig aussehen wird das heißt es ist alles revidierbar das heißt im Sturzbereich der Schränke haben wir Klappen und man kann jederzeit überall dran ohne Schraubenzieher oder Bohrmaschine im Hauptraum wird noch eine schöne Kunstleuchte aufgehängt dann haben wir die Haupttreppe Küche Vereindrücke so wurde es dann langsam fertig bis fast ganz fertig so nochmal der entscheidende Punkt da oben jetzt komme ich zur Gebäudehülle wir haben also hier eine komplexe Grundrissorganisation die sich auch in der Dachaufsicht widerspiegelt und diese Dachaufsicht zeige ich deswegen man sieht man konnte jetzt nicht einfach mit Gefälle arbeiten das hat zu einem gefällslosen Flachdach geführt das heißt dort steht das Wasser bis zu einer gewissen Höhe und läuft dann es gibt also eine umlaufende Überlauf Rinde die ist überall hier umlaufende Überlauf Rinde wo dann auch die Dachentwässerung hinter der Verschalung der Fassade geführt wird und der Blitzschutz ebenso das ist ein rechter Kraut und Rüben aber es funktioniert sehr gut das sind die drei eingeschnittenen Terrassen auf die ich später noch zu sprechen komme also der Aufbau hier können wir es nochmal erklären das ist der Dachüberstand hier ist diese Einlauf Rinde hier ist die Kiespackung das ist die Dämmung die natürlich gestoßen wird durch die Oberlichter Schachtentlüftungen das ist das Vordach in unterschiedlichen Tiefen und dieses das Wasser läuft hier raus durch Löcher wird hier gesammelt in der Rinde und dann vertikal abgeführt es gibt kein Gefälle auf dem Dach das Gewicht erhöht sich entsprechend darum sind wir froh haben wir es auch in Massivbauweise ausgeführt auch mit Rippen und Flachdecken das sind die Oberlichter die zum Teil Korridore und Nasszellen belichten die haben wir vorfertigen lassen und haben sie unten schräg angeschnitten damit sie sich im Bild der Sichtbetondecken unten nicht abbilden Hauptoberlicht worauf ich immer wieder gerne hinweise Hauptoberlicht eben das ist jetzt zum Beispiel der Schallungstisch für die Decke über zweites UG im Internatsgeschoss man sieht die Rippen sind in den Zimmern und Gemeinschaftsräumen das ist der Korridor dort haben wir nochmal wie heißt die Dinger Einlagen gemacht für die Lampen und da haben wir die Flachdecke im Bereich der Nebenräume das ist eine dieser Terrassen von die Herr Kessli schon sprach wo dann später die Horizontalmarkese reinkommt hier haben wir einen Überzug gemacht damit wir hier keine Stütze stellen müssen das ist dann bis hier außen abgetragen das heißt wir kommen hier im Korridor in den Gemeinschaftsraum also ein Überzug die gleiche Sache im Süden dann Dämmung drauf Abdichtung drauf erst Abdichtung dann kommen die fertigen Oberlichter werden versetzt das kommt das Hauptoberlicht das ist das größte Bauteil das wir am Stück eingebaut haben dann die kleineren und dann wieder der Ausblick dann kommt der Kies und der Spengler hat gut gearbeitet eben auch mit außenliegendem Sonnenschutz auch wieder mit dem Solltischstoff hier wird dieser umlaufende Kranz bei den Terrassen verbleicht PV-Anlage dazu immer wieder dieser schöne Ausblick und auch bei schlechten Wetter sehr schön so zurück zur Fassade das ist die die endgültige Version wir haben also noch einmal man erkennt es fast nicht doch man sieht man ahnt es schon also wir haben ja bei den horizontale Bänder die eingeschnitten werden durch die französischen Fenster des Internats haben eine hohe Ähnlichkeit zu den Schulzimmerfenstern dann unten der Sockel und oben die Terrassen Überzüge Leitdetails Innenecke Außenecke bei der vertikalen Schalung dann haben wir gezeichnet die Leitungsbretter die wurden dann eben vom Zimmermann nochmal gezeichnet und wir haben es dann gut zum Bau gegeben das ist der Bauablauf Rohbau steht Schalung Rost es wird gerostet Windfolie dann kommen die Sonderelemente dann haben wir nochmal Hinweis nochmal Farbproben und dann der Entscheid welche Farbe dann wird gerostet eben das ist zum Beispiel die Garage für die Horizontalmarkise zack zack das ist ein Storenkasten im Sturz des Fensters da wird das Material angeliefert und falls es Bestätigung gibt nachgestrichen mit dieser Vorvergrauung die dann noch zum Einsatz kam die Ecken die Leitungsbretter alles Weißtanne das heißt Harzgallenfrei möglichst das ist der Vorteil der Weißtanne wird in der Schweißleitung ein bisschen zu wenig angebaut für größere Projekte muss man muss die Forstindustrie noch ein bisschen nachlegen da haben wir die Details die Anschlüsse dann haben wir geübt mit dem Spengler die haben das ursprüngliche Detail von den Mockups verlassen es gab dann wieder einen Unternehmervorschlag dem sind wir dann gefolgt haben also dann das in die Richtung gedacht das fanden wir aber noch grob und scharfkantig dann haben wir es umgebogen das Umbug gemacht wie es jetzt auch vorne beim Mockup realisiert wurde damit konnten wir gut leben wir konnten so Toleranzen aufnehmen denn die das sieht nur so waagrecht aus das ist nicht ganz so waagrecht durchgehalten vom Zimmermann da konnte dann der Spengler das kaschieren oder die endgültige Außenecke die endgültige Innenecke die guten Zimmerleute die Überlagerung von rund und eckig der Schnitt nochmal die Innenecke dann schon über dem Fenster und Wetterschenkel Außenecke die Terrasse mit Garage und jetzt ein kleines Ärgernis oder wir sind hier rund aber der Abdichter denkt er folgt dem Betonsockel heute sieht man noch dieses kleine Stück der Ecke wenn man ans Haus herantritt aber mein Gott Innenecke wir hatten Freude an der Arbeit das war toll wie die geschafft haben die Dorfterrasse kurz vor fertig dann fertig Zugangsseite Ost Eingang ins Internat Eingang in die Schule Dorfplatzterrasse mit Pergola auch Ostseite hier hinter versteckt sich die Garage für den Bus und die Anlieferung Blick ins Tal unverbaubar sagt man bis die nächste Generation kommt Zugangsseite mit Parkplatz im Süden die Storen mal ausgefahren also wir schätzen sie wirklich sehr die Storen empfehlen auch allen die Planen Submittentenliste beeinflussen keine Vertreiber also keine Händler drauf lassen auf die Submittentenliste auch wenn sie lokal mit dem Schwibschwager von der Schwester und so weiter sondern nur die Hersteller mit den Herstellern arbeiten man kann dann als Architekt viele Dinge beeinflussen man kann Fittings verändern sage ich mal oder man kann dem Hersteller ein Feedback geben das geht alles verloren wenn man Zwischenhändler hat der Zwischenhändler hat nie so viel Ahnung wie der der herstellt kann ich nur sehr empfehlen unbedingt mit dem Hersteller arbeiten und das geht in der Schweiz sehr gut jetzt kommt der Metallbau ins Spiel Abschlusssicherung unterschiedlicher Art eben im Schulgeschoss haben wir ja nur den Holm wie weit bin ich im Internatsgeschoss sieht es so aus innen außen das ist dann die Pergola das ist die Konstruktionszeichnung für einen Metallbauer mit Abschrankungen von innen an die Brüstung befestigt das nicht übersteigbar ist das ist die Abgrenzung zur Außenterrasse Ost das ist ein sehr schöner Ort Gegenschuss Gegenrichtung das ist die Konstruktionszeichnung für die Horizontalmarkise die braucht eine Garage damit sie nicht so ständig bewittert wird die Garage kann aber offen sein wie wir jetzt wissen und wird an Seil geführt über die da haben wir das das sind jetzt leider sehr es hat mal wieder geregnet jetzt kommt das Ding da raus zack 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 Entschuldigung jetzt habe ich zu viel geklickt das ist die Garage im geschlossenen Zustand so geschützt sitzt man auf der Terrasse mit Ausblick in die Landschaft oder eben offen wir haben hier bewusst ein vertikales Format zu sonst liegenden Räumen gewählt einfach um die Beziehung zum Himmel zu stärken oder und auch den gerahmten Blick das werden wir nochmal sehen und das sind jetzt schon die Bilder zum Ausklang die Best-of so ist es dann geworden Innenecke Außenecke auch im Äußern haben wir natürlich noch die Rippe in den gedeckten Bereichen der Dorfplatz und Dorfplatz Terrasse das haben wir entschärft weil falls ihr mal so eng da die gehen einfach dann die Westfassade die Südfassade die gehen halt zwei Sekunden später runter oder rauf und dann ist der Konflikt schon entschärft dann kommen die aneinander vorbei man muss die einfach nur anders schalten das war noch bevor sie richtig justiert waren deswegen tanzte aus der Reihe das ist natürlich inzwischen alles synchron und behoben Zugangsseite jetzt noch zur Landschaft war wichtig Aufenthaltsqualität ganz kurz noch ein paar Eindrücke wir haben mit ASP-Landschaftsarchitekten aus Zürich gearbeitet die uns kollegial unterstützt haben bei unseren Bemühungen Zugangsseite dann die Seite zum Rautibach und dieser Zaun den es braucht weil die schwererziehbaren Kinder da sonst weglaufen muss da ein Zaun hin aber der wird jetzt sehr schön überwachsen die haben unterschiedlichste farbige Pflanzen gepflanzt und der Bach ist in der Nähe aber ohne Gefahr wo sieht das dann aus ich glaube jetzt bin ich dann auch wo ich ah nein wie sind wir denn in der Zeit dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit Ja du kannst da noch die Bilder durchklicken während ich mich noch ganz herzlich bei den Referenten bedanke Giovanni Palombo Mark Heschley Frau Kopiner ganz herzlichen Dank auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nehmen Sie sich bitte noch die Zeit und schauen Sie sich dieses Mockup an es ist auch funktionstüchtig man kann die Storen rauf und runter lassen es ist wunderbar detailliert es lohnt sich das noch anzuschauen die Herren sind auch noch hier für weitere Fragen einen schönen Nachmittag miteinander und auf Wiedersehen Ade